Danke, Roland. Und nun wieder Tipps. Ist das meine Sendung oder Ihre? Herr Feldmann, das ist meine Sendung. Geschenkt. Jetzt mal eine ganz andere Masche. Der feine, zerstreute, kurzsichtige, etwas hilfsbedürftige. Was das nun wieder soll? Ich zeige nun meinen spektakulärsten Trick, den Stolpertrick. Eins, zwei, Stolpert. Man muss nur zu Füßen der Angebeteten landen. Achtet mal auf mich. Bitte, bitte, bitte nicht böse sein. Sie waren mein Rettungsanker. Oh, ist mir das peinlich. Darf ich Sie als Entschädigung zum Abendbrot einladen? Na schön. So bin ich noch keinem Mädchen zu Füßen gefallen. Da komm ich nicht mehr mit. Ich versteh die Welt nicht mehr. Wozu bin ich überhaupt hier? Doch nicht, um Pflege mit Toten Vorschub zu leisten. Aber dieser Rüppel lässt einen ja nicht zu Wort kommen. Und jetzt der lässige Starke. Ballons in die Ärmel, damit man breiter aussieht. Na, wie wär's mit uns beiden? Anmachen, wa? Lief wohl etwas schief, dieser Tipp. Aber das nächste Mal... Das nächste Mal werde ich die Sache in die Hand nehmen. Da geht es um das Benehmen auf Partys. Da können Sie echt was lernen. Gute Dank. Applaus Gute Dank. Gute Dank. Gute Dank.